hallo steinbock willkommen zu deinem monats reading für den juli 2024 du bist hier bei den astro antwort impulsen mein name ist annie delmann ich freue mich dich begrüßen zu dürfen ja ich sage wie immer danke für eure likes danke für euren abos und ich denke ihr habt bestimmt alle große freude an der wm die im moment stattfindet ich bin ja nicht so ein fußballfreak aber ich gönne es denjenigen die daran freude haben lasst mich euch sagen es sind immer allgemeine legungen das heißt sie können natürlich nicht gleichermaßen auf den milliarden millionen von menschen zutreffen bitte nehmt euch nur das mit was für euch stimmig und passend ist und den rest lasst beiseite wenn euch etwas zu sehr triggert ich rate immer dazu die wir die solche videos nicht zu schauen wenn man nicht so aus der inneren mitte heraus drauf schauen kann also ich denke immer man darf das natürlich nicht vergessen dass tarot kartenlegungen in den bereich der unterhaltung gehören ich persönlich sehe das natürlich anders aber ich muss es trotzdem dazu sagen heute habe ich einige decks im gepäck wir haben hier einmal die einhorn karten die werden uns jetzt mal so ein bisschen dein thema in diesem monat vorgeben dann habe ich noch das illuminated tarot im gepäck zusätzlich habe ich noch klärungskarten dazu genommen das lenormand wie immer und wenn wir in der liebe was zu klären haben dann haben wir hier das romance angel oracle deck und das ist von der dorin virtue wie ihr hört bin ich immer noch ein bisschen erkältet warum immer diese erkältungen weil wenn man im spirituellen bereich arbeitet hat man immer das problem dass man wenn man von der weißen seite kommt von der schwarzen seite verfolgt wird und wir wahrscheinlich gemerkt habe habe ich ja im jetzt so ein bisschen weniger filme gemacht ich musste mich einfach zwischendurch mal erholen weil ich hatte ein paar ganz ganz schräge tage das ist eben immer so die schatten seite dessen wenn man sich energetisch mit anderen verbinden kann also es war ganz schrecklich ich habe gedacht ich wird sterben aber ich bin nicht gestorben ich bin wieder da und deswegen fangen wir jetzt auch an lass uns mal schauen was uns die einhörner hier sagen wollen ein wunderschönes deck ist vom ansata verlag ich bin jetzt gar nicht sicher dass ich das unten verlinkt habe ich muss mal gucken und ich habe mir gedacht dass die einhörner wer so ein märchenfan ist wie ich dass die einhörner uns heute mal das thema vorgeben sollen und hier geht es offensichtlich bei dir lieber steinbock um das thema wahlmöglichkeiten und was hier unten auf der karte steht und ich glaube du kannst das in der kamera gerade nicht so gut lesen es gibt immer einen anderen weg bitten sie ihr einhorn ihnen zu zeigen also hier geht es darum dass man sich mit den spirituellen kräften verbinden soll und dass man nicht alles alleine schaffen muss weil wir wissen ja dass der steinbock ist ein zeichen ja der durchsetzungsfähigkeit des starken willens der steinbock steht mit beiden beiden fest auf der erde und das ist auch gut so das sollte man in jedem sternzeichen tun und hier geht es darum dass du für dich vielleicht auf einem weg sehen könntest der irgendwas mit diesem thema zu tun hat ich habe hier jetzt schon mal eine zusätzliche hautenergie des tarots gezogen hier haben wir jetzt den zwischenmenschlichen bereich und ich nehme jetzt noch mal einmal den projekt bereich dazu zusätzlich jetzt hat sich was aufgedeckt weil ich weiß jetzt nicht was wohin muss deswegen tue ich die karten jetzt auch wieder rein weil sonst weiß ich ja gar nicht was in welche woche muss wir haben woche eins woche zwei die es bestimmt schon aufgefallen dass ich so eine ganz spezielle art habe die karten zu ziehen weil ich wie soll ich das jetzt erklären die hängen quasi an meinem finger die haben eine schwere wenn es die richtige energie ist so jetzt manche und noch ein bisschen platz so wir wollen jetzt erst mal rein schauen was die energien so sagen könnten schauen wir mal hier aber jetzt haben wir hier schon wieder so eine energie es ist eine sehr diffizile energie eine sehr kühle energie eine sehr rationale energie die in diesem monat hier über dir steht es kann einmal eine energie sein die dich selbst betrifft lieber steinberg es kann aber auch um eine person oder situation gehen und was wir hier haben ist der könig der schwerter du siehst dieses deck ist so ein bisschen ausgefallen und was der könig hier in der hand hat ist das schwert der klarheit und wahrheit und wir haben ja hier schon den hinweis auf wahl möglichkeiten bekommen und ich glaube so wie es bei mir rein kommt wirst du hier aufgefordert mit dieser hauptenergie in einer situation eine wahl zu treffen und wir wollen jetzt gleich erstmal weiter schauen aber ich könnte mir vorstellen so fühle ich es jedenfalls dass es eine wahl ist die auf rationaler basis getroffen werden muss und wer ist da besser geeignet lieber steinbock als du schauen wir weiter ich gehe einmal in den zwischenmenschlichen bereich hier haben wir die königin der kelche liegen ja wer die herzkönigin das ist hier in diesem deck die königin der kelche und die königin der kelche steht für die frau die man liebt für die frau die die ideale frau ist die der anima des mannes entspricht wenn du lieber zuschauer ein mann bist dann geht es in diesem monat im zwischenmenschlichen bereich um deine wunschpartnerin deine partnerin deine ehefrau deine lebensgefährtin deine freundin es ist jedenfalls zu sehen dass im zwischenmenschlichen bereich offensichtlich die zeichen auf herz stehen die zeichen auf gefühlsaustausch stehen und ich glaube nicht dass es hierbei um ein familienmitglied und freunde geht sondern hier geht es tatsächlich um den bereich der partnerschaft und der liebe es kann sein wenn du ein mann bist dass du als wenn du sie noch nicht kennst auf eine frau triffst in diesem monat die wirklich und tatsächlich das in bild deiner anima ist also deinem idealbild einer frau entspricht sowohl optisch als auch als persönlichkeit so möchte ich es am ersten ausdrücken und was mich jetzt schon ein bisschen wundert was man bei der königin der kelche dazu sagen muss das schießt mir gerade noch durch den kopf die königin der kelche fließt die königin der kelche steht für das wasser und die hat keine verstandessperre das heißt in wenn es hier bei dir um das um den bereich der zwischenmenschlichen zweier beziehung geht ganz egal ob du jetzt männer oder frauen liebst das spielt hier überhaupt keine rolle bei mir dann wird geliebt ohne reale fakten zu berücksichtigen das ist das was bei mir reinkommt lieber steinbock schon mal sehr interessant vielleicht liebst du steinbock oder jemand liebt dich also hier ist auf jeden fall volles gefühl hier geht es tatsächlich um tiefe liebe um intuitive verbindungen und ich frage mich gerade ob im moment für eine tiefe oder neue verbindung wenn du single bist die weichen gestellt sind weil wir haben hier ja wahlmöglichkeiten bekommen es gibt immer einen anderen weg und das hat was mit rationalen überlegungen zu tun und jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon wieder meckern und sagen das klingt schon wieder alles so kompliziert das ist gar nicht das was ich hier auf youtube sehen möchte ich sag dir nur was aus erfahrung und ich bin da mittlerweile fast 61 oder bald geburtstag habe ich bin ich auch 61 ich habe halt meine lebenserfahrung gemacht und das ist einer der gründe warum ich die auch an euch weitergeben möchte egal wie sehr man jemanden liebt ja es gehört auch immer ein bisschen verstand dazu liebe ohne verstand und verstand ohne liebe geht nicht das ist so ein bisschen habe ich so den eindruck dass man hier hin und her oder dass es um eine situation geht im zwischenmenschlichen bereich wo es tatsächlich darum geht kopf oder herz schauen wir weiter wir schauen jetzt mal auf den projekt bereich auf den bereich des beruflichen weiterkommens auf den bereich des geldes auf den bereich hobby erfüllung bestimmung und jetzt habe ich hier eine energie die mir gar nicht so gut gefällt weil die acht der schwerter ist immer eine gedanken energie die hier mitschwingt und diese gedanken energie spricht dafür dass man nicht zu einem entschluss kommt entweder weil die eigenen gedanken und schau mal bitte hier oben auf diese ganzen schwerter die augen sind verbunden es geht also nicht um das was man in der äußeren welt sieht sondern das was im kopf vorgeht und du siehst hier unten die augen von dieser person die hier oben verdeckt sind die hängen hier unten in der waagschale also das sehen ist hochgradig behindert durch gedanken diese gedanken können deine eigenen sein und oder diese ganzen einflüsse diese gedanken können auch eine fremd beeinflussung sein und wenn ich fremd beeinflussung sage dann kann es sein dass andere menschen sich in deine entscheidungen einmischen und dass es deswegen probleme damit gibt diese waagschale diese klare entscheidung zu treffen und sind sind wir schon wieder bei den muss ich auch so halten dass ihr das sehen könnt wir haben ja hier waagschalen und bei den waagschalen geht es immer um entscheidungen und was haben wir hier als haupt energie dieses monats gehabt die wahlmöglichkeiten ja so ist das manchmal lieber steinbock wer die wahl hat hat die qual die acht der schwerter ist auf jeden fall keine gute energie was dein berufliches projekt kundenumfeld angeht du könntest es mit manipulativen menschen zu tun haben die dich von deinem weg abbringen wollen du könntest es mit also die acht der schwerter ist nicht unbedingt die energie der entriegen der üble nachrede die acht der schwerter ist eine energie der einmischung ja irgendjemand könnte sich vielleicht sogar hinter deinem rücken in deine angelegenheiten einmischen und das problem ist einfach du hast wahlmöglichkeiten und du kommst nicht zu einer entscheidung vielleicht hast du gerade die entscheidung zu treffen zwischen selbstständigkeit und angestellt vielleicht hast du die entscheidung zu treffen ja welches projekt soll ich starten kann mein projekt wirklich erfolgreich sein und warum könnte die einmischung deines umfeldes gelingen lieber steinbock einfach deswegen weil du dir deine entscheidung nicht sicher bist du bist innerlich ab wackeln so sage ich jetzt mal ganz salopp und was machen menschen die sich einmischen wollen die manipulieren wollen die riechen dass du innerlich wackelst und dann sind sie meistens auch erfolgreich jetzt fange ich langsam an zu verstehen was dieser könig der schwerter zu bedeuten hat könig der schwerter hören wir immer nur ja rational kalt hast du nicht gesehen aber der könig der schwerter ist eigentlich eine geniale energie um etwas auf die beine zu stellen gerade im beruflichen bereich der könig der schwerter ist eher kein sehr soziales ist keine soziale energie das ist eine rationale geschäftsenergie das ist eine überlegende energie das ist eher eine ich sage jetzt mal so kaufmännische energie eine eine ideen bildende energie es ist jemand der aufgrund von rationalen fakten eine entscheidung trifft und offensichtlich hast du hier zu mehreren wegen deines lebens fakten vorliegen und du brauchst jetzt diese energie um vorwärts zu kommen ein anderes szenario wäre aber dass ein vielleicht sogar eine männliche person ein ex partner ein vater ein älterer bruder oder auch eine dir überstellte erfahrene person versucht sich in deine beruflichen angelegenheiten einzumischen und dich möglicherweise in eine richtung zu beeinflussen und beim könig der schwerter dürfen wir uns immer sicher sein dass wenn er sich in angelegenheit oder sie das kann übrigens auch eine frau sein also nicht falsch verstehen wenn er oder sie sich in irgendwelche angelegenheiten einmischt dann zu seinem oder ihrem vorteil so viel dazu hier haben wir jetzt wiederum eine energie die vier der schwerter und wir sind hier wie du siehst sehr rational betont in diesem monat vier der schwerter ist eine energie der reflektion des überlegens die vier ist immer relativ passiv und in der ersten woche des monats juli kann es durchaus sein dass es für dich erforderlich ist hier bei dir selbst zu bleiben dich mal ein stück weit von allen ein allen menschen die auf dich einreden ein stück weit auch von deinen eigenen abwägungsgedanken ein bisschen zurückzuziehen und wenn du dich auf und das nicht freiwillig machst lieber steinbock kann es durchaus sein dass du eine kleine zwangspause bekommst in der form ich meine jetzt ich rede nicht hier über schlimme krankheiten oder sowas in der form dass du einfach sehr müde bist dass du dich zurück ziehst vielleicht kriegst du eine erkältung und musst dich zurückziehen also hier gibt es was zu überlegen lieber steinbock hier gibt es was zu entscheiden und dafür brauchst du vor allen dingen in der ersten woche ruhe klingt deine energie fühlt sich schwer an und jetzt ich habe es kaum gesagt jetzt haben wir hier die fünf der stäbe liegen und die fünf der stäbe steht immer für eine herausforderung für ein manchmal im beruflichen bereich für eine konkurrenz situation im privaten bereich steht das auch für eine konkurrenz situation in der form dass sich bei einem wunschpartner einer wunschpartnerin irgendwie noch jemand anders dazu gesellt der auch interesse hat die fünf der stäbe kann einfach manchmal dafür stehen dass irgendwas im wege steht dass man noch vom sieg abgehalten wird und wenn ich das jetzt hier so mal sehr im zusammenhang mit dem könig der schwerter habe ich so ein bisschen ziemlich oder ziemlich stark das gefühl dass es in diesem monat um irgendeine berufliche situation geht das kann eine längerfristige konkurrenz situation an deinem arbeitsplatz sein lieber steinbock das kann auch im bereich der selbstständigkeit sein irgendjemand scheint hier einmischungen zu begehen und schau mal auf die ketten hier oben irgendjemand könnte so auf dich einwirken und du bist ja so ein bisschen geschwächt hier du bist so ein bisschen in der reflektion es kann aber auch sein dass dir in der ersten woche im juli schon klar wird dass man dir hier gedankliche ketten anlegt und gedankliche ketten zu tragen lieber steinbock das weißt du ist mega gefährlich weil dann ändert sich unser unser gesamtes mindset und wir denken uns die dinge kaputt ja deswegen liegt ja auch die einmischung und das legt dir gedankliche fesseln auf deswegen ist es für dich ganz ganz wichtig mit wem hast du es im projektbereich im selbstständigen bereich im angestellten bereich in deiner führungsposition wer wirkt hier auf dich ein ja das können auch einflüsse sein die verborgen sind was passiert hier hier passiert irgendwas und ich es könnte durchaus sein dass dir das tatsächlich schon bewusst ist wenn es dir noch nicht bewusst ist lieber steinbock wird es dir bewusst und zwar in der ersten woche fängst du an das zu reflektieren was so passiert in der zweiten woche geht es darum dass du erkennst oder zumindest schon unbewusst erkennst du siehst ja die augen hier sind noch zu dass du anfängst zu begreifen dass dich vielleicht im beruflichen bereich irgendjemand von dem du das nicht gedacht hättest als konkurrent sieht das muss ich leider dazu sagen schon wieder und jetzt haben wir hier die sieben der schwerter das ist nicht gut lieber steinbock ich hasse es ja wenn ich solche botschaften überbringen muss die sieben der schwerter steht für für luk betrug sich davon stehlen ideen klauen diebstahl heiliger franziskus was ist hier los dritte woche in der dritten woche das ist ein erkenntnisreicher monat lieber steinbock sei bloß nicht böse bloß weil da jetzt so eine message kommt aber was soll ich machen ne die dritte woche sieben der schwerter ist keine gute energie wir haben hier die sieben der schwerter die acht der schwerter und ich habe vorhin noch gesagt ich habe noch keinen hinweis darauf dass man gegen dich intrigiert vielleicht sogar in diesem bereich aber leider gottes haben wir jetzt in der dritten woche im juli wird dir klar was hier abgeht und hier geht irgendetwas ab und jetzt fehlt nur noch der teufel in der vierten woche und ich hoffe den kriegen wir jetzt nicht zu sehen und zum hundertsten mal haben wir hier optionen haben wir hier wahlmöglichkeiten haben wir hier das hin und her schwanken zwischen verschiedenen möglichkeiten und du siehst bei der sieben der kelche geht es immer darum zu erkennen wo ist wahrheit wo ist illusion allerdings geht es auch bei der sieben der kelche immer um inspiration du siehst in den kelchen sind unterschiedliche dinge drin ich hoffe du kannst das sehen in einem kelch ist sind schöne blumen in dem anderen kelch ist sonne in dem anderen ist ein schloss in dem einen kelch ist ein abgeschnittener kopf also es gibt und du weißt nicht was ist hier unter dem kelch der noch umgedreht ist ja es geht tatsächlich bei dir in diesem monat um eine wichtige entscheidung und um wichtige entscheidungen zu treffen muss man mut aufbringen bei der sieben der kelche muss man den mut aufbringen den letzten kelch aufzudecken eine entscheidung zu treffen weil es gibt hier möglichkeiten ja das tolle an dieser legen das jetzt hier in der siebte in der vierten woche guck mal wir haben jetzt eine zwei siebener und die siebener sind immer so ein bisschen tricky die siebener die fünfer die vierer also es gibt hier irgendwas zu entscheiden steinburg passt bloß auf in der dritten woche im juli hier liegt die sieben der schwerter und das ist nicht gut die wird in der dritten woche etwas klar und ich könnte mir sehr gut vorstellen bei euch dass es hier tatsächlich um eine happige berufliche konkurrenz situation steht einige von euch werden das im angestellten bereich erleben dass man hier eine entscheidung treffen muss sich einer situation nicht länger auszusetzen wenn du kollegen hast dann werden das nicht die besten sein es kann gut sein dass man zum beispiel einen chef hinter deinem rücken immer beeinflusst manipuliert dass man dich klein halten will ja und dass man dir möglicherweise sogar die ideen klaut und deswegen ist dieser rückzug und diese reflektion ganz ganz wichtig in der ersten woche im juli damit der wahrheit ins gesicht sehen kannst ja weil der könig der schwerter steht auch dafür dass man eine entscheidung trifft auf der basis der tatsachen der fakten ja und du wirst ja wahrscheinlich im berufsbereich überlegen müssen lieber steinbock welche anderen möglichkeiten habe ich denn denn die einhörner haben dich ja schon von anfang an darauf hingewiesen es gibt auch immer eine wahl ja hier wirst du darauf hingewiesen eine wahl zu treffen und auch die sieben der schwerter kann ich darauf hinweisen es ist zeit für eine entscheidung zeit für eine entscheidung und ich habe den eindruck ich bin ja nicht so dafür immer von der situation wegzulaufen aber so wie ich es bei dir jetzt hier sehe solltest du eine situation verlassen weil du hast es hier mit menschen zu tun die dein wachstum behindern die eine einmischung betreiben und wenn ich das hier so sehe könnte es bei dir auf der arbeit auch um eine mobbing situation gehen in einigen fällen könnte das ganze hier aber auch diese private situation betreffen weil es gibt hier jemanden da ist jemand in deinem feld ob man oder frau hier geht es um liebe es ist jemand in deinem feld der dich liebt oder den du liebst aber es kommt hier immer wieder zurückzügen und das wird auch in der ersten woche im juli wieder passieren und wenn man jemanden liebt und die sache aufkeimen soll sind rückzüge immer das schlimmste was passieren kann rückzüge verletzen menschen vor allen dingen wenn sie wortlos geschehen es sieht für mich so aus dass die person die da für dich so in deinem feld ist durch eine andere person beeinflusst wird und das ist bei deinem gegenüber um eine persönlichkeit oder wunschpartner um eine persönlichkeit gehen könnte die vielleicht und tatsächlich auch ein ehemann ist ehefrau um eine person die zweckdienlich denkt in sachen liebe und ich sage das immer nur ganz ungern und die überhaupt keinen wirklichen willen hat irgendeine anstrengung in sachen liebe in kauf zu nehmen ja und ich weiß nicht wie lange du diese person schon in deinem feld hast lieber steinbock und ich könnte mir vorstellen ich könnte mir vorstellen dass du diese rückzüge diese breaks und dieses verschwunden sein dieses gegostet werden ohne irgendwie eine erklärung dass du das schon des öfteren mitgemacht hast und das kommt bei mir hier nicht gut an in sachen liebe ich hoffe es wird dieses diese legung wahrscheinlich nicht auf alle zutreffen was ich aber dir ganz klar sagen muss in sachen liebe es gibt hier optionen oder jemand es macht sich immer davon aus dem staub ohne erklärungen ohne respekt weil es weil du eine option bist oder weil es andere optionen gibt gefällt mir nicht diese legung aber was wollen wir machen wir haben ja jetzt auch hier auch noch zwei siebener nebeneinander liegen das ist auch immer die siebener ist immer so ein zwischenstadium zwischen sieg und niederlage es ist es kommt mir vor wie eine krise was ich hier sehe krise als höhepunkt eines konflikts und das ende ist noch offen ich sage nicht im rahmen dieser legung dass alles für immer verloren ist aber im moment solltest du warte mal das war falsch das weite suchen du solltest dich aus der situation rausnehmen weil wenn du das nicht tust lieber steinbock dann könnte es alles noch viel schlimmer werden ja habe ich das nicht gerade noch gesagt wahrheit schau der wahrheit ins gesicht wir haben das ass der schwerter hier liegen und das ist aufwärts gerichtet der wahrheit ins gesicht schauen die wahrheit erkennen klarheit klar sehen klar sehen ja und das ist der rat der karten das ist unsere quintessens karte deswegen liegt hier auch der könig der schwerter liegt hier der könig der schwerter liegt hier zusammen mit den wahlmöglichkeiten und ich könnte mir gut vorstellen dass bei einigen von euch um den beruf geht das wird aber wahrscheinlich nur ein drittel sein nachdem ich nachdem was ich herein bekomme zwei drittel werden hier eine sehr ungute vielleicht sogar von bosheit oder intrigen geprägte liebessituation erleben gut ich schaue jetzt mal mit dem lenormand drauf ne ich schaue erst mal mit den oracle cards hier auf den auf die liebe gib mir doch bitte mal einen hinweis ganz ganz wichtig für euch liebe steinböcke bleibt bitte bei euch und bleibt bei dem was vernünftig ist was haben wir hier wir haben ja aber den flirt flirt heißt immer und hier wenn du auf der suche nach einer festen partnerschaft bist nein was ist das für eine energie das macht mich schon richtig krank ok wir haben hier einmal separation liegen wir haben hier einmal wir haben hier einmal keep an open mind keep an open mind heißt nicht unbedingt dass man jetzt für diese sache offen bleiben soll guck dir das mal an flirt separation dir ist angeraten jetzt guck mal diesen zusammenhang open mind bedeutet dinge klar sehen dinge neue dinge zulassen zulassen dass dinge anders sein können als man sie in seinem kopf sich vorgestellt hat sagen was jetzt mal so ganz einfach und ich glaube wirklich dass es bei einigen von euch oder vielleicht sogar bei zwei dritteln in diesem in dieser community hier darum gehen kann dass ihr eine liebe situation jetzt ein ende findet eine situation in die ihr viel hinein gegeben habt wo ihr erleben musste dass jemand immer weg war dass jemand eine herausforderung ein verheirateter mensch das kann man oder eine frau sein vielleicht nicht annehmen wollte vielleicht auch auf der aufgrund von anderen erfahrungen die gemacht wurden denn die vier der schwerter steht auch immer nach der drei der schwerter das heißt sie könnte jemand ein gebrochenes herz haben und aufgrund dessen so emotional ein bisschen erkaltet sein das könnte natürlich sein und ich weiß nicht es kann eine dualseele ich könnte auch durchaus hier um dualseelenprozess gehen dualseelen sind seelen die wurden ja von anfang an aus einer seele gemacht sind was gänzlich anderes als seelenpartner und dualseele heißt nicht und dualseele heißt nicht piep 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 wir haben uns alle lieb dualseelenverbindungen die übrigens äußerst selten sind die können in so einem chaos enden also so ich habe hier liebes chaos liegen und es ist an der zeit für dich lieber steinbock zu erkennen was hier wirklich am bach ist was hier wirklich sache ist du solltest das dein schwert und dein gedankliches schwert erheben die klar die wahrheit klar sehen der nackten wahrheit ins gesicht gucken und auch für dich einen anderen weg wählen das ist ja auch das was die einhörner uns am anfang der legung schon gesagt haben oh wir sind schon wieder sehr lang das guckt sich wahrscheinlich sowieso keiner mehr an so ich möchte noch mal einmal zum schluss auf die acht der schwerter im berufsbereich gucken kann auch sein dass dieser potenzielle dieser wunschpartner diese liebe bei einigen von euch hier verknüpft ist mit dem berufsbereich das muss ich jetzt dazu sagen und das sind so situationen die nicht gerade einfach sind und die gerade das leben auch nicht einfacher machen eine ganz ungesunde kombination kriege ich da bei einigen von euch rein aber liebe leute es ist an der zeit zu sehen dass du optionen hast dass es an dir ist dein selbstwert zurück zu gelangen ich frage mich hier die ganze zeit ich sehe hier so ein bisschen was ist mit deinem selbstwert was ist mit deinem deinem willen was ist mit deinem deiner zielgerichteten absicht das sehe ich so wackelig wer hat dich so aus dem gleichgewicht gebracht steinburg das ist nicht gut so was kann ein könig der schwerter gut manipulieren einmischen hier haben wir auch noch die sieben der schwerter liegen was mir überhaupt nicht gefällt also hier geht es wirklich um gedanken um einstellungen um und hier gehen dinge vor die mir nicht gefallen du musst dir einfach klar werden was du in jedem fall zu erwarten hast irgend oder was man hier sagen muss zu acht der schwerter wir haben ja einmal den ring wir haben ja einmal die botschaften und es kann darum gehen dass dein wunschpartner immer deine wunschpartnerin ich sage es mal so irgendwelche verbindungen pflegt von denen du nichts weißt es werden auf jeden fall auf schnellem und kurzem wege nachrichten ausgetauscht jetzt möchte ich aber noch mehr wissen beim ring und beim reiter kann es auch um einen heiratsantrag gehen ich weiß jetzt nicht es kann natürlich sein dass du hier mit jemandem zu tun hast der mit dir flirtet und jemand anders heiraten will das muss man leider gottes auch dazu sagen bei dieser kombi was ist da beruflich los was bedeutet die einmischung auf jeden fall bestehen hier verbindungen von denen du möglichst vielleicht sogar nichts weißt es kann auch um verträge gehen es kann auch sein einige von euch bekommen hilfe vom universum in der form dass sie ein vertragsangebot bekommen und meiner ansicht nach solltet ihr das machen ja wenn ihr angestellt seid solltet ihr rausgehen aus diesem vertrag aber bitte nicht kündigen ohne neuen job sage ich immer dazu hier könnte es auch um amtliche oder gerichtliche angelegenheiten gehen und vielleicht wird ja klar und das ist die botschaft die ich hier rein bekomme da wo du bist stehst du alleine da und die leute die hier vielleicht sich einmischen bei ämtern behörden oder was weiß ich bei einem großen unternehmen haben damit auch erfolg also du bist möglicherweise da wo du bist ultimativ allein und diese einsamkeit liebe seele solltest du beenden das ist so krass diese legung ich frage nochmal die einhörner was sie dir raten können bevor ich die legung schließe was sagt dir uns geburt du sollst offen sein für etwas neues wenn du schwanger bist und nicht weiß ob du das kind bekommen sollst dann solltest du dieses kind bekommen das sage ich jetzt erstmal voraus weil ich diese energie ist ein hinweis auf eine schwangerschaft und ich hoffe nicht dass einige von euch schwanger sind und derjenige der vielleicht sogar oder die der sogar können frauen die männer können ja nicht schwanger werden deswegen muss ich mich ja jetzt auf die frauenseite stellen könnte sein dass diese person den abflug macht das ist eine fiese situation nicht gut noch mal ein bisschen schärfer trotzdem das kind bekommen bitte nicht irgendwas anderes machen und wir bekommen wieder die bestätigung hier von den einhörnern sei offen für einen neuen weg sei offen für neue menschen du wirst aber ganz ganz sicher eine gewisse verarbeitungszeit brauchen bevor du weiter gehen kannst denn ich kann mir vorstellen dass diese erfahrungen die hier gemacht wurden nicht gut waren egal ob es jetzt beruflich oder privat war man hat einfach auf das falsche pferd gesetzt und muss jetzt feststellen dass man möglicherweise nicht der einzige die einzige war dass man möglicherweise auch ausgetrickst oder betrogen oder belogen wurde und jetzt geht es aber darum hier klar mit klarem kopf und erhobenem schwert in die zukunft zu gehen und diesen menschen die so mit dir umgehen klar zu machen dass man so mit dir nicht umgehen kann dass diese menschen die vielleicht so in deinem umfeld nicht ganz so koscher sind dass die in dein leben nicht mehr rein gehören und was mir diese energie sagt dass du diese menschen tatsächlich mit vehemenz aus deinem leben verbanden wirst Gott sei dank lieber steinbock steinbock ich wünsche dir für den juli viel kraft ich wünsche dir gute gesundheit und lass dich nicht unterkriegen wenn du magst gib mir ein däumchen oder komm im august wieder ich bin gedanklich bei dir lieber steinbock mach's gut dafür wenn du genau wirst du vor du hast du wirst du wirst du wirst Vielen Dank.